In Berlin Charlottenburg vermarktet Ziegert Bank und Immobilienconsulting 272 neue Eigentumswohnungen. Die Wohneinheiten des Neubauprojekts Number One Charlottenburg verfügen über zwei bis vier Zimmer mit Wohnflächen von ca. 40 bis ca. 151 Quadratmetern. Zur Ausstattung gehören bodentiefe Fenster, hohe Decken- und Fußbodenheizung. Durchdachte Grundrisse und eine offene Küche sind weitere Pluspunkte. Auf dem Balkon oder der Terrasse genießen Sie den Blick auf die Spree oder in den Hof. Das Bad ist mit Sanitärobjekten namhafter Hersteller versehen. Sie wohnen idyllisch am Ufer der Spree zwischen City West und Hauptbahnhof. Fußläufig erreichen Sie den Kudamm und das KDW.